Yo, servus, hier ist wieder Danza und Sacht und das hier ist Danza und Sacht Tube mit einem neuen Video. Ich zocke jetzt wieder hole.io Das liegt daran, ähm, ich hab's einfach Bock mal wieder zu zocken. Let's go. Es wird mir gleich übrige Werbung angezeigt, glaube ich. Ja. Ähm, was ich übrigens noch sagen muss für morgen, äh, morgen werde ich kein I.O. Spiel aufnehmen, werde ich dir jetzt schon vorsagen, ich werde morgen Roblox aufnehmen. Ja, richtig gehört, ich nehme morgen wieder Roblox auf. Ähm, ich hab da nämlich auch schon eine Server gefunden, vorhin. Und da dachte ich mir halt eben, ja, das mache ich. Ich schwör. Äh, Affenmongo. Affenmongo. Bleib steh. Bleib, bleib steh? Sag mal. Äh. 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 Naja, das ist wieder sowas, wo man hier der Beste sein muss. Ich will der Aller Beste sein. Okay, warum singe ich jetzt Pokémon? What the fuck? Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh fuck. Das hat, äh. Was? Ich, ich bin, ich bin nur noch Dritter? Ich bin nur noch Dritter. Ich wurde besiegt von Bangladesch. Hä? Äh. Ich hab Bangladesch übertroffen. Nimm das Bangladesch. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich hab nichts gegen Bangladesch. ich meinte nur der eine dort da hat sich einfach bangladesh genannt und immer schön die leute schlucke immer schöne schlucke 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 es muss ich mache für die arme kinder in der afrika auch wenn es dir eigentlich einen dreck schert was ich hier mache obwohl jeder macht zocken hey so ist gut so ist gut ich schwöre jetzt bist du weg habe ich gesagt habe ich sage ich das bis weg also also von mir ist kein entkommen ja ich weiß das ist das ist das ist das versteckt er weist wenn du weißt du verrägst gleich es ist ja immer noch dass das geister versteckt er war wenn du halt weißt du verrägst gleich erstellt sich aber in die ecke und das war's im übrigen ich heute mache ich nicht so lang also wahrscheinlich nur noch diese runde hier vorausgesetzt ich fast ich was sage nicht direkt wenn doch dann da mache ich natürlich verlängerung was soll ich ja okay jetzt läuft haja nein 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 ja okay jedenfalls wie schon sagt morgen mache ich roblox video einfach mal ich bisschen bock drauf habe und er weiter schon eine server gefunden habe was ich dafür übrigens auch sagen muss warum es heute die video zeichen ist jetzt nicht so lange gehen wird weil das morgige video dafür das wird das wird ein bisschen länger kann ich halt schon mal so ein bisschen bestätigen weil es das morgige das wird zwar nicht hundertprozentig also okay na 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 weg geh weg geh weg geh weg ich war das hätte er mir jetzt nicht antun können ich bin es so lange immer so richtig auf richtiges siegeskurs und so ich habe ich habe nur selten so richtig verloren deshalb ich muss sagen hole das zock ich sehr gerne einfach weil ich da drin gut bin ich bin darin echt gut in den spiel eigentlich nein nein costumes kopf Stенты tun mir das nicht an tun tun mir das nicht an tun mir das nicht an tun du mir das nicht alle na nein 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 mann nein komm schon frisst ich okay ja das war es hart der könig ist gefallen und ja das war's im video bis zum nächsten mal falls euch dieses video gefallen haben sollte lasst ein like da wenn euch meine anderen videos gefallen abonniert diesen kanal und drückt auf die glocke um kein neues video zu verpassen übrigens was ich noch sagen möchte eben wie schon gesagt morgen kommt kein hole kommt kein video sondern roblox dazu kommt aber dann aber am samstag am samstag mache ich wieder ein video und sonntag werde ich gar nichts machen weil sonntag werde ich wahrscheinlich vielleicht diesen dinge vorbereiten und so jedenfalls ciao